Ich möchte wissen, was ich tun muss, um meinen kleinen Bruder zu adoptieren. Und vielleicht auch meine anderen Geschwister, um sie groß zu ziehen. Leben die beiden Elternteile noch? Ja. Erziehungsunfähig? Absolut. Also geht's hier darum, die Rechte der Eltern aufzuheben und die Erziehungsberechtigte von wie vielen zu werden? Fünf. Das ist ja ein ganz schöner Haufen. Das Gesetz ist ziemlich streng. Wir müssten beweisen, dass die Eltern erziehungsunfähig sind. Haben Sie Beweise? Wie viel Zeit haben Sie? Ich habe eine ganze Akte. Eine ganze Akte, okay. Es sieht so aus, als hätte sie ihre Mutter... Monica. Monica vor ein paar Jahren verlassen. Vor 21 Monaten. Ist sie jetzt wieder da? So halbwegs. Und ihr Vater, Frank Gallagher? Wow, ein echter Lebemann. Alkoholiker? Ja. Liegen ihre Einkünfte über dem Minimum für eine sechsköpfige Familie? Und wie viel ist das? So 30.000 pro Jahr.